ARD Text im Auftrag von funk Kurz nach der Geburt von dir und deinem Bruder haben dein Vater und ich uns scheiden lassen. Wir haben jeder einen Sohn behalten. Wie man sieht, bekam ich nur die zweite Wahl. Ich habe einen Zwillingsbruder. Zwillingsbruder? Zwillbrüder? Die du mich hast! Mein Bruder! Endlich werde ich dich kennen! Zum todlachen wie unwohl du dich fühlst! Und, wie läuft's bei dir karrieremäßig? Hervorragend! Sie haben den meistgesuchten Schurken einfach entkommen lassen! Sie sind gefeuert! So hervorragend! Ich hau so richtig rein! Ich hab dich hergeholt, um das Familiengeschäft weiterzuführen! Du bist Schurke mit Leib und Seele! Ich habe dieses Leben hinter mir! Ich verstehe! Wozu ist das wohl gut? Ach du meiner Güter! Komm schon, wird wieder ein Schurke! Ziemlich nette Sache, das! Und? Was habt ihr heute so gemacht? Ja! Irgendeinen Blinden gibt's ihm ja! Gar nichts! Auf Wiedersehen! Hallo Gru! Haha! Was sagst du jetzt? Oh, Kinder! Eindringlinge! Hände hoch! I'm gonna make you learn to appreciate me! We're gonna make you learn to appreciate me! Wir warten schon unheimlich lange! Dürfen wir... Oh, los, los! Seh nur! Ein Einhornhorn! Einmal hab ich eins gesehen! Und war es flauschig? Es war so flauschig, dass ich dachte, ich werd wahnsinnig! So, so, seid ihr zwei jetzt etwa schocken? Ich meine, hallo mein Schatzchen! Oh, oh! Voll erwischt! Josel!!!!! refract pal flagship. Jetzt ist Fan Jetzt erst mal. Du kannst du gleich house! ódelnーajig, dass du beiß about. Du kannst du einfach Alors bist du einfach! Du kannst du einfach mega sein. Elين Language geht. Hor Treasure Blah. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. scholars zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020